Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen Laptops bis 600 Euro vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Notebook, das sich ideal für den täglichen Gebrauch und für Multimedia-Aufgaben eignet. Es verfügt über einen Intel Core i5-12450H Prozessor und 16 GB LPDDR5-Rahmen, was eine schnelle und effiziente Performance für verschiedenste Anwendungen ermöglicht. Das 14 Zoll FHD IPS-Display bietet eine klare und helle Darstellung, perfekt für das Betrachten von Medien oder das Arbeiten an Dokumenten. Mit einer 512 GB großen NVMe SSD bietet das Notebook reichlich Speicherplatz und schnelle Zugriffszeiten. Zudem sorgt die integrierte Intel UHD Grafik für eine solide Grafikleistung. Das Gerät ist eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die ein zuverlässiges, leistungsfähiges und gleichzeitig kompaktes Notebook suchen. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der HP Pavilion ist ein solides und vielseitiges Notebook, das sich für eine breite Palette von Alltagsanwendungen eignet. Das 15,6 Zoll FHD IPS-Display bietet klare und lebendige Bilder, ideal für das Streamen von Videos oder das Arbeiten an Dokumenten. Der AMD Ryzen 5 7520U-Prozessor, gekoppelt mit 60 GB Rahmen, sorgt für eine reibungslose und effiziente Leistung, was das Gerät für alltägliche Aufgaben wie Surfen im Internet, Office-Anwendungen und leichte Fotobearbeitung geeignet macht. Mit der 512 GB SSD bietet das Notebook reichlich Speicherplatz für Dokumente und Medien und gewährleistet schnelle Boot- und Ladezeiten. Die AMD Radeon 610M Grafik ermöglicht zwar keine High-End-Spiele, ist aber mehr als ausreichend für alltägliche Grafikanforderungen und leichte Spiele. Einer der Nachteile, die in Nutzerbewertungen hervorgehoben wurden, ist das Fehlen eines beleuchteten Keyboards, was das Arbeiten in dunkleren Umgebungen erschwert. Außerdem könnte der Laptop für Nutzer, die auf der Suche nach einem ultraleichten Gerät sind, etwas schwer sein. Insgesamt bietet der HP Pavilion 15 FC 0253 NG jedoch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und ist eine zuverlässige Wahl für alltägliche Computeraufgaben. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Das Acer Aspire 5 Modell besticht durch eine Kombination aus Leistung und Mobilität. Es verfügt über einen leistungsstarken Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation, der mit seiner Octa-Core-Architektur und einer maximalen Geschwindigkeit von 4,4 GHz für flüssiges Arbeiten und angenehmes Multitasking sorgt. Das 15,6 Zoll Full HD IPS Display liefert scharfe und klare Bilder, was besonders beim Ansehen von Videos oder beim Bearbeiten von Fotos und Dokumenten nützlich ist. Mit 16 GB DDR4-Rahmen und einer 512 GB SSD bietet das Notebook reichlich Speicherplatz und schnelle Zugriffszeiten. Die Intel UHD-Grafik ist zwar nicht für anspruchsvolle Spiele geeignet, bietet jedoch für alltägliche Aufgaben und leichtere grafische Anwendungen ausreichend Leistung. Einige Nutzer könnten die fehlende dedizierte Grafikkarte und das Fehlen eines optischen Laufwerks als Nachteil empfinden. Trotzdem ist das Acer Aspire 5 eine solide Wahl für Benutzer, die ein leistungsfähiges, aber dennoch relativ leichtes und portables Notebook suchen. Das Asus Vivobook 15 ist ein leistungsstarkes Notebook, das sich gut für eine Vielzahl von Aufgaben eignet, von alltäglicher Arbeit bis zu leichteren grafischen Anwendungen. Mit dem AMD Ryzen 7 57100U Prozessor und 16 GB RAM bietet es hervorragende Leistung und schnelle Reaktionszeiten, was das Multitasking und die Ausführung anspruchsvollerer Aufgaben erleichtert. Das 15,6 Zoll Full HD IPS Display sorgt für klare und lebendige Bilder, was es ideal für das Ansehen von Filmen und die Bearbeitung von Fotos macht. Die 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD bietet viel Speicherplatz und schnelle Datenzugriffszeiten. Das Notebook ist jedoch nicht für Hochleistungsspiele geeignet, da es keine dedizierte Grafikkarte besitzt. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die ein vielseitiges Notebook für Arbeit und Freizeit suchen. Das Lenovo IdeaPad Flex 5 ist ein hochleistungsfähiges und vielseitiges 2 in 1 Notebook, ideal für Benutzer, die Flexibilität und Effizienz in einem Gerät suchen. Mit seinem AMD Ryzen 5 55100U Prozessor bietet dieses Modell eine starke Leistung, die für alltägliche Aufgaben sowie für anspruchsvollere Anwendungen wie leichte Grafikbearbeitung oder Multimedia gut geeignet ist. Das 14 Zoll große WU-XGA Touch Display sorgt für scharfe und klare Bilder und bietet zusätzlichen Komfort durch seine Touch-Funktionalität, was das Arbeiten und Navigieren erleichtert. Mit 16 GB RAM und einer 512 GB NVMe SSD bietet das Notebook reichlich Speicherplatz und schnelle Zugriffszeiten für effizientes Arbeiten. Die integrierte AMD Radeon Grafik unterstützt eine gute Grafikleistung für alltägliche Aufgaben. Außerdem bietet das Notebook mit seinem Full HD 1080p Kameramodul mit Privacy Shutter zusätzliche Sicherheit und Privatsphäre. Das Gerät ist ideal für Benutzer, die ein leichtes und vielseitiges Notebook suchen, das sowohl im Büro als auch unterwegs ein zuverlässiger Begleiter ist. Sein stilvolles Design und die solide Bauweise machen es zu einer hervorragenden Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Leistung legen. Das HP EliteBook 255 G10 bietet eine solide Leistung für Business-Anwender und ist ideal für alltägliche Büroarbeiten und Multimedia-Anwendungen. Es ist mit einem leistungsstarken AMD Ryzen 5 Prozessor ausgestattet, der eine hohe Effizienz und gute Multitasking-Fähigkeiten bietet. Das 15,6 Zoll Full HD IPS Display sorgt für klare und scharfe Bilder und ist dank der Anti-Glare-Technologie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar. Mit 16 GB DDR4-Rahmen und einer 512 GB NVMe SSD ist das Notebook sowohl schnell als auch speicherreich, was für reibungsloses Arbeiten und ausreichenden Speicherplatz sorgt. Die integrierte AMD Radeon Graphic unterstützt alltägliche Grafikanforderungen ohne Probleme. Das Gerät ist für seine Preisklasse gut ausgestattet und stellt eine verlässliche Wahl für Geschäftsanwender und Privatpersonen dar, die ein effizientes und zuverlässiges Arbeitsgerät suchen. Das Medion Akoya ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Notebook, ideal für Benutzer, die eine Kombination aus Leistung und Mobilität suchen. Es wird von einem AMD Ryzen 7 7500U Prozessor angetrieben, der hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und effizientes Multitasking bietet. Das 15,6 Zoll Full HD IPS Display liefert scharfe und klare Bilder, was das Notebook ideal für Multimedia-Aufgaben macht. Mit einer 1 TB großen PCIe SSD und 60 GB DDR4-Arbeitsspeicher bietet das Gerät viel Speicherplatz und eine schnelle Leistung. Das Aluminium-Design verleiht dem Notebook eine hochwertige Optik und verbesserte Haltbarkeit. Die lange Akkulaufzeit kombiniert mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur und integrierter HD-Webcam macht das Medion Akoya zu einer ausgezeichneten Wahl für Berufstätige und Studenten, die ein zuverlässiges und leistungsfähiges Notebook benötigen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!